Können wir schon quasi anfangen, wenn ihr wollt. Ich bin dabei. Ihr seid dabei, hervorragend. Dann los geht's. Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 373. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Herr Bastille. Gude und Grüße. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und Frau Alex. Hallöle. Hallöle. Wie wir in dem Vorgespräch festgestellt haben, ist das hier mittlerweile der Altherren- und Altdamen-Podcast geworden. Früher haben wir uns noch irgendwie drei Äppler währenddessen in den Kopf gehauen. Heute sitzt jeder mit dem Tee irgendwie da. Warte mal, das halte ich jetzt für ein Gerücht. Fast jeder sitzt mit einem Tee da, bis auf Frau Alex. Sie hat wahrscheinlich wieder irgendwie Gin Tonic, Bacardi Cola oder irgendwas. Nee, Gin Tonic mache ich seit dieser Live-Nummer nicht mehr. Seit der Live-Nummer oder seit dem Tee-Cast-Land in München? Da war das auch so ein bisschen schwierig. Wir haben doch irgendwo auf einer Bühne gesessen und Gin Tonic getrunken, weil wir aufgeregt waren. Wir haben auf mehreren Bühnen gesessen und mehrere Gin Tonic getrunken. Das wird schwierig. Nun gut, wir wollen heute reden über verschiedenste Dinge im Eintracht-Fußball-Kosmos. Aber wir wollen an dieser Stelle auch nochmal ankündigen, es gibt da was mit Schalke. Was macht ein Schalker, wenn er Meister geworden ist? Die Playstation-Aus. Playstation-Aus. Was hat er da gespielt? Bro-Evolution-Zocker natürlich, nicht FIFA, nein, nein, nein. Und vielen Dank an Konami. Es gibt einmal zwei VIP-Karten für das Spiel gegen Schalke am Sonntag. Wir werden den Gewinner oder die Gewinnerin noch live in dieser Sendung ziehen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier live hört, geht mal auf Twitter, sucht mal unseren Sendungstweet raus. Und wenn ihr da drauf antwortet, kommt ihr in den Lostopf so rum und dann gucken wir so Richtung Ende der Sendung mal, wer denn die Karten gewonnen hat. Und der wird dann von Basti persönlich angeschrieben und kriegt Karten zugestellt vielleicht. Also wenn ihr Bock habt mitzumachen. Wenn die Post das hinkriegt. Wenn die Post das hinkriegt, wir alle wissen, alle 93-Hörer wissen, dass Basti und Post, das ist so, ich weiß nicht, schwierige Kasten. Ich lasse mir nie mehr was liefern, das habe ich jetzt beschlossen. Wenn diese Waschmaschine da ist, werde ich nie mehr irgendwas... Du ziehst das jetzt ernsthaft durch, bis die Waschmaschine kommt? Nein, ich warte, wenn die Waschmaschine da ist, war es das. Das ist das Letzte, was hier an der Tür angenommen wird. Dann brauche ich auch nicht mehr aufmachen, wenn ich Pakete für die Nachbarn bekomme, die dann hier um 23 Uhr klingen. Ich habe mit Lieferkram ab, wenn die Waschmaschine da ist, nichts mehr zu tun. Hast du die Mail von Otto schon bekommen? Nein! Dann würde ich sagen, eine 1,9er-Quote, dass die Waschmaschine nächstes Jahr kommt und eine 4,2er-Quote, dass die Waschmaschine noch dieses Jahr kommt. Du kannst davon ausgehen, dass die Waschmaschine dieses Jahr noch kommt. Die Frage ist, auf welchem Weg und was ich dafür machen muss. Wahrscheinlich hinfahren und sie dir selbst abholen. Das werde ich tun, auf jeden Fall mit Waffengewalt. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade schon entlassene Hotline-Mitarbeiter. Ich sehe gefesselte Hotline-Mitarbeiter, die auf dem Boden liegen und was die irgendwie demonstrierend irgendwo auf so einem Sideboard steht. Also die Entlassung ist, glaube ich, das kleinste Problem von den Mitarbeitern von Otto. Naja. Großartig. Mal sehen, ob wir jetzt auch so viel Spaß haben, wenn wir über die Eintracht sprechen. Ich hatte ja das wunderbare Glück, dass mich am Freitag eine Erkältung heimgesucht hat. Deswegen habe ich eine perfekte Ausrede dafür, dass ich nur die ersten 45 Minuten von dem Hertha-Spiel gesehen habe. Du hast ja die besten 45 ausgesucht. Da habe ich mir die besten 45 ausgesucht. Das dachte ich mir im Nachhinein auch. Silva und Paciencia durften von Anfang an ran. Hasebe war wieder in der Startelf. Rode auf der Bank und Dost fällt mit, weiß ich nicht, Glasknochen oder weiß ich nicht, irgendwas bis Saisonende aus? Ja. Jahresende. Jahresende, Entschuldigung. Ich bin schon verwirrt. Bis Jahresende. Erstmal. Obwohl, Basti, du weißt, du kennst die Antwort. Ja, Dennis, lass mich doch in Ruhe, Alter. Ich glaube, dass Basti Dost kommt zeitgleich zurück auf den Platz mit meiner Waschmaschine. Ich sage ja nächstes Jahr, ne? Solange die Waschmaschine dann länger durchhält als Dost, ist ja alles gut. Ja, schwieriges Spiel. Wie gesagt, ich habe nur die ersten 45 Minuten gesehen und ich fand die schon schwer anstrengend. Ich meine, wir sind ja eigentlich nicht so schlecht in das Spiel reingekommen. Wir haben ja deutlich mehr Chancen eigentlich gehabt und machen irgendwie nichts draus. Und Hertha schießt gefühlt einmal auf das Tor und haut da dieses Ding irgendwie rein. Also das war ja sowas von absurd, Peter. Da greifst du ja echt an den Kopf. Das hat halt genervt, diese Touré und ich glaube, Silva-Doppelchance, wo du wirklich gedacht hast, Mann, das Ding muss sitzen. Dann sieht diese Situation auch schon wieder viel entspannter aus. Du kannst ganz anders auftreten. Das Selbstbewusstsein ist vielleicht auch mal wieder da, weil ich finde, mittlerweile siehst du auch Silva an, dass er selbst nicht mehr dran glaubt, dass er noch ein Ball mal ins Tor bekommt dieses Jahr oder auch überhaupt im schönen Eintracht-Trikot. Es ist wirklich, es nervt. Und ja, da hätte sich schon viel zum Guten wenden können. Das war wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass du aus dieser, naja, in Anführungszeichen Überlegenheit, zumindest, hattest du eindeutig die besseren Torschancen. Aber was ist denn, was ist denn los mit diesem Silva? Ich finde, ich bin so viel versprochen, aber das ist ja, mal abgesehen davon, dass er kaum, also er ist ja auch kaum am Ball, wie will er denn da Torchancen generieren? Also ich weiß überhaupt nicht, wo der auf dem Platz ist, aber nie da, wo der Ball ist. Ja, aber das ist ja generell so ein Stürmer-Problem. Das erregt mich ja bei Patience ja auch schon seit einer halben Ewigkeit auf, dass der ständig irgendwie weiter zurück als irgendwie Kamada und teilweise Soda unterwegs ist, wo ich mir auch denke, du bist Stürmer, du musst da vorne hin. Ja, aber da vorne vertändelt er einfach jeden Ball. Das ist ein anderes Problem, ja. Weil der hat ja wenigstens noch Ballkontakt, aber da kannst du eigentlich schon drauf wetten, dass wenn er ihn hat, dass er weg ist. Der entwickelt sich so langsam bei mir am Nervpotenzial angesehen in Garzinovic-Richtung. Patience, ja. Das ist noch der Beste der drei, die wir haben. Also der eine ist halt außer Konkurrenz. Ja, aber ich verstehe dich. Also bei mir fängt es auch langsam an zu steigen. Ich würde noch nicht so weit gehen und sagen, dass es auf Garzinovic-Niveau ist, aber das Generve steigt bei mir auch schon, ja. Also ich glaube, das scheitert alles nicht daran, dass wir keine Chancen generieren, weil die Chancen, die sind da, aber es muss halt mal vorne jemand sein, der sie einfach reinmacht. Und daran krankt es halt mittlerweile. Ich meine, du siehst ja daran, der torgefährlichste Stürmer, den wir haben, ist unser Innenverteidiger. Ich glaube, das ist eine Statistik, die einfach alles aussagt. Naja gut, aber generell die Statistiken von dem Spiel. Ich meine, wir haben 25 Mal auf das Tor geschossen. Wir hatten 16 Ecken. Ja, ich weiß nicht, wie viele Flanken wir da wieder geschossen haben. Ja, da ist es doch der Hauptpunkt. Das sagt, diese ganzen Statistiken habe ich auch gehört und gelesen, das sagt überhaupt nichts über das Spiel aus. Die Eintracht kann sich momentan auch keine qualitativ hochwertigen Sachen mehr rausspielen. Da ist so viel Leerlauf da vorne, wie ich es schon gesagt habe. Ich habe ja gesagt, ich bin Paciencia, der ist ein guter Stürmer, ich bin von dem aber nicht vollends überzeugt. Ich fühle mich in den letzten Wochen so ein bisschen bestätigt, warum auch, wenn er eine Zeit lang gut getroffen hat. Das ist wirklich ein Unding mit diesen Flanken. Die Eintracht hat in der Bundesliga die meisten Flanken geschlagen. Das geht nicht. Also das Flanken ist wirklich dieses allerletzte Mittel, wenn du dich nicht in die torgefährlichen Regionen spielen kannst, dann flankst du halt mal rein. Was noch dazu kommt, die Eintracht flankt nicht mal scharf. Die Eintracht schippt da so Bälle rein, selbst wenn du da drankommst, haben die nicht genug Drive, dass du aus denen irgendwie was Gutes machen kannst. Also das sind so halb angesiffte Bälle, die da reinfliegen. Also ich muss sagen, was die Bundesliga betrifft, bin ich tatsächlich ein bisschen konsterniert, wie wenig wir uns, wenn überhaupt, weiterentwickelt haben, was das Spielsystem, was die Spielschärfe und die Gefährlichkeit vorne betrifft, wenn es gegen Gegner geht, die nicht viel Platz bieten. Das schockiert mich ein bisschen, muss ich sagen. Steht und fällt für mich aber tatsächlich damit, dass wir, ich sag's nochmal, diesen, ich sag's wieder plakativ, 100 Millionen Euro Sommer echt verbaselt haben. Sorry, wenn Patience ja unsere Stimme Nummer eins ist, stimmt was nicht, fertig, aus. Stimmt, stimmt, bin ich wohl bei dir. Ich finde auch wieder, was super nervig war, Kostic performt ja auf der Seite, aber das System ist einfach auch in gewisser Hinsicht ein bisschen entschlüsselt. Es ist vorne, die Stürmer stehen nicht da oder werden sehr gut zugestellt. Ein Kamada kann auch nicht diesen Drive bringen, der eigentlich kommen müsste, diese Torgefahr aus der zweiten Reihe. Klar, er hat in der Euroleague gezeigt, dass er es kann. In der Bundesliga, finde ich, ist er es immer noch schuldig. So hängt da auch so ein bisschen in der Luft, da stimmen dann auch teilweise die Abstände zwischen den Reihen nicht, dann vertändelt er doch. Dann sind teilweise auch Situationen drin, wo ich wirklich einen Hals bekomme, wenn wir im Aufbauspiel dann Bälle verlieren. Das ist wirklich jedes Mal super gefährlich, weil ja auch in dem Spiel, glaube ich, gegen die Hertha, ich weiß gar nicht, ob es vom 1-0, ob das so der Ballverlust war. Aber auch wieder so eine Situation, oder Fernandes dann auch noch, einfach, das darf nicht passieren. Dann hast du über die, du hast diese Entlastung und nicht, dass du über Da Costa, über die Seite, auch wenn Da Costa noch unser bester Rechtsverteidiger, beziehungsweise rechter Außen ist, kommt da viel zu wenig. Die Seiten sind nicht genug verteilt. Und was mich besonders nervt ist auch natürlich, und da bin ich auch voll bei Alex, dass du mittlerweile merkst, der torgefährlichste Spieler ist unser Innenverteidiger und das geht halt gar nicht eigentlich. Also das ist eine tolle Sache. Ich freue mich total für Hinti, dass er im Endeffekt da immer noch super performt. Ich erinnere mich noch an eine Szene aus der ersten Halbzeit, da leitet er selbst den Angriff ein, Doppelpass mit wahrscheinlich Kamada oder ich weiß nicht, wer da im Endeffekt dann, oder Kostic und schließt selbst ab. Super, geil, aber Leute, bitte, das darf mal schön und gut sein und super, dass das auch mal klappt, aber das darf nicht unser einziger Angriff sein, der da mal gefährlich kommt. Ich finde, du hast den entscheidenden Punkt schon genannt, als du Kostic und Da Costa angesprochen hast. Das ist einfach zu leicht ausrechnbar mittlerweile. Also die Eintracht hat das mal eine Zeit lang gemacht, aber der Wolfsburg-Trainer hat das nach dem Spiel schon gesagt und das war jetzt tatsächlich, ganz ehrlich, Alexander Nuri und Klinsmann sind jetzt auch nicht die zwei allerbesten Trainer der Welt. Klinsmann ist auch so ein Schwätzhannes, Alter, der irgendwelche Selfie-Videos macht. Ich kann dieses Gesicht nicht sehen, der macht mich aggressiv. Ich werde auch wahnsinnig, wenn ich den sehe und Alexander Nuri ist jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie die Bundesliga mit seinem Fußball revolutioniert zu haben, aber es ist einfach zu Eintracht momentan, äh, zu Eintracht, ja, super Versprecher, es ist zu einfach, gegen die Eintracht zu spielen. Das war wirklich ein Freudscher-Versprecher, ja, das ist tatsächlich, ist so, ist so. Es ist einfach, mit zu leichten Mitteln kannst du die Eintracht A aus dem Spiel nehmen und B in gefährliche Situationen selber kommen als Gegner. Das ist momentan, der Gegner muss, Mainz hat es ja auch gezeigt, du kannst mit so wenig Aufwand die Eintracht in Gefahr bringen und kannst mit so wenig Aufwand die Eintracht davor bewahren, dass die Gefahr ausschreilt. Das Erklärungsansatz liegt vielleicht daran, dass wir tatsächlich schon so viele Spiele haben und wir das vorausgesagt haben, gesagt haben, ey, diese Quali, das wird uns irgendwie im November, Dezember auf die Füße fallen. Wahrscheinlich ist jetzt gerade diese Zeit, das ist ja eigentlich kein Problem. Das ist mein, und dazu komme ich jetzt eigentlich nicht gelten lassen, weil die Mentalität hat ja in den Spielen trotzdem gestimmt. Wir haben in Freiburg nochmal alles probiert, wir haben in Mainz nochmal alles probiert und wir kamen jetzt auch zurück. Also meiner Meinung nach ist das keine Mannschaft, und wir hatten das hier schon oft, und gerade wenn Alex jetzt mal wieder dabei ist, kann man ja auch mal wirklich an die geilen Zeiten denken, in Anführungszeichen, wo wir uns jede Woche aufgeregt haben über eine blutleere Mannschaft, die unter Schaf oder Armin Fee darum gedümpelt ist. Das sehe ich jetzt noch nicht. Ich weiß aber nicht, ob mich das beruhigen oder eher schockieren soll, dass es trotzdem so harmlos ist. Also ich sehe bei dieser Mannschaft kein, dieses berühmte Reus-Zitat, ich sehe kein Mentalitätsproblem tatsächlich. Ich sehe sowas ähnliches, also ich würde es nicht Mentalität nennen, Oli Kahn hat das Treffen formuliert, das sind Eier, und das ist der Grund, warum ein Hinteregger auf einmal Tore schießt, weil er nämlich die Eier hat, und der schießt seine Tore nur durch brachialen Willen. Es ist ja nicht so, dass der der geborene Offensivmann ist und die ganze Zeit verkannt wurde und einfach in die Innenverteidigung gesteckt wurde von lauter blinden Trainern, sondern es ist einfach der pure Wille, den ihn nach vorne treibt. Und das hat da vorne keiner, da wird 37 Mal hin und her gepasst, wir sind schon im 16er drin und da wird nochmal geguckt, zu wem kann ich diesen Scheißball denn geben, damit ich nicht auf das Tor schießen muss. Und da fehlt einfach irgendein Zielspieler, der einfach sagt, was auch immer ihr tut, gib mir diesen Scheißball und es geht weiter. Sondern du hast halt da nochmal eine Flanke, hier nochmal einen Pass und keiner weiß, wo der Ball hin soll. Weil ein Silver, der ist total abgetaucht auf dem Platz, der ist überhaupt nicht da. Wie will ich denn den, den kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Und ein Pacencia, der versucht diese Rolle so ein bisschen vom, von vielleicht letztes Jahr vom Haller so ein bisschen zu übernehmen, aber das ist null seine Rolle und das ist auch nicht seine Stärke. Da vorne fehlt einfach jemand, der den Ball auch mal irgendwie sauber annehmen kann und aus der Drehung einfach mal drauf schießt oder irgendwas macht und nicht noch dreimal rumguckt und sagt, wer ist denn noch da, will jemand schießen vielleicht. Ja, sehr guter Punkt, Alex, auf jeden Fall. Und ich meine das, was du eben gesagt hast, Basti, es war schon immer einfach gegen die Eintracht auch im letzten Jahr Tore zu schießen. Weil dadurch, dass wir auch relativ, relativ hoch gestanden sind und mit relativ vielen Leuten vorne waren, waren wir hinten immer offen. Aber wir hatten halt immer das Glück, wenn wir zwei Tore kassiert haben, dass wir auch vier schießen konnten und das können wir halt dieses Jahr nicht mehr. Weiß ich nicht. Ich finde trotzdem, dass wenn die Eintracht on Peak spielt, dass die Eintracht auch trotzdem hinten nicht so leicht zu überwinden war. Ich finde, es geht gar nicht darum, na klar kannst du gegen die Eintracht auch Tore schießen, auch wenn die Eintracht gut drauf ist im letzten Jahr. Aber ich finde tatsächlich, Mainz war für mich das Paradebeispiel. Wie leicht es Mainz gemacht wurde, hier in gefährliche Situationen zu kommen. Und das finde ich, finde ich ein bisschen merkwürdig. Das hat für mich auch ein bisschen mit so einer Unorganisiertheit zu tun, was auch mit diesen ständigen Personalwechseln wahrscheinlich irgendwie begründet ist. Und ich sehe das auch, was du gesagt hast, Alex, das mit dem, da fehlt einer, da fehlt einer. Und ich sage euch, wer da fehlt, da fehlen genau die drei, die da vorher waren. Da fehlt einer wie Jovic, der einfach jeden Ball reinhaut, egal von wo. Dem es auch scheißegal ist, der wahrscheinlich nur die Hälfte mitkriegt. Genau wie Ante Rebic, dem auch alles scheißegal ist. Der auch manchmal das zeigt und das hat dann auch genervt. Aber trotzdem, dem ja auch alles wascht. Der auch mal, keine Ahnung, einfach seinen unbeholfenen Übersteiger machen konnte, der Gegnerin um abgeprallt ist und du hattest dann eine gefährliche Situation. Und du hattest Haller, dem hättest du wahrscheinlich, keine Ahnung, dem Haller kannst du einen Wespennässer hinschießen, der stoppt das noch irgendwie mit dem Fuß. Also du hattest diese Qualität und die ist jetzt weg. Du hast Patience, der ist so ein Hybrid-Spieler, der ist so ein bisschen aus allem, aber eigentlich auch nichts Richtiges. Der wirkt irgendwie groß, ist doch nicht so groß, ist kopfballstark, aber auch nicht so krass. Er ist technisch ganz gut, macht aber viele komplizierte Sachen. Trifft manchmal aber auch nicht immer. Also der hat von jedem so ein bisschen. Das reicht aber nicht. Silber würde ich da tatsächlich ein bisschen rausnehmen, weil der kommt gerade für mich in ein System rein, was ihm gar nicht liegt. Also wie soll der Flanken verarbeiten? Also der ist einfach, das ist nicht der Spieler, den musst du irgendwie schicken oder du musst ihn ein taktisches Korsett pressen, wo er Räume reißt für einen anderen Stürmer, dann fällt er nicht so auf, aber trotzdem hilft es. Ihn würde ich tatsächlich bei der Kritik rausnehmen, weil er war jetzt auch lange weg. Wenn man jemanden kritisieren will, sind es die Leute, die diese Leute geholt haben. Ich wollte gerade sagen, aber wofür hole ich denn dann so jemanden, wenn mein System nicht passt? Ja, vielleicht dachte die Eintracht, dass es weiter ist, aber trotzdem müssen wir sagen, das war auf jeden Fall abzusehen, dass er brauchen wird, weil er ist in Mailand auch nicht zurechtgekommen. Also das war so ein, den Stürmer kannst du auf jeden Fall holen, weil ganz ehrlich, so einen Stürmer kriegt die Eintracht normalerweise nicht. Das ist ein Raketenstürmer, den haben wir nur gekriegt, weil der so diese Delle drin hatte. Den kannst du dir vielleicht hochzüchten, wenn alles andere drumherum stimmt, aber der reizt sie nicht rum. Dann hast du DOS geholt, dem du scheinbar genau diese Rolle, wie du es gesagt hast, Haller, eigentlich aufbürden wolltest. Da musst du doch aber irgendwie mal checken, okay, der hat in Portugal gespielt. Irgendwie muss man ja sehen, okay, der ist vielleicht überhaupt gar nicht fit. Also das ist ja eine Katastrophe, dass der es nicht schafft, irgendwie, dass er selbst im Training überfordert ist, weil ihn das anstrengt. Das erinnert mich einfach an Quolke, dass du das Gefühl hast, den überfordert jegliche Belastung, da war dann mal ein Spiel drin und du konntest den Wecker noch stellen, dass es dann im nächsten Spiel dann raus war. Und jetzt hat man gesehen, okay, komm, wir lassen es ganz bleiben. Aber nicht der Trainer hat es entschieden, sondern er selbst ja auch. Er selbst hat ja gesagt, er kann mehr als zwei Spiele hintereinander machen. Was ist denn das? Das ist schon krass. Der Profitfußballer, was ist denn das? Das ist wie, wenn du so einen geilen Kicker in deine Freizeitmannschaft kriegst, der sagt, ey, ich arbeite aber im Dienstleistungsbereich, ich kann nur jedes zweite Wochenende. Was ist das denn? Also, und dann fehlt es halt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was uns am meisten fehlt, weil ich glaube, der Rest, die Einstellung und so ein bisschen dieses Korsett ist natürlich trotzdem noch Eintrachtsteil. Wir sind auch keine Topmannschaft. Wenn wir aber einen funktionierenden Sturm hätten, dann würde die Situation nicht so mittelmäßig aussehen, weil wir müssen auch aufpassen, die ist nicht dramatisch schlecht, sondern es fehlen tatsächlich Kleinigkeiten. Und die größte Kleinigkeit ist vorne die Offensive, wo meiner Meinung nach, ich sag's nochmal, im Sommer tatsächlich Fehler gemacht wurden, weil du hast keinen geholt, wo du wusstest, okay, Pam, du bist unser Mann, du bist der Typ, nach dem die Leute schauen, du kannst sofort performen, du kannst immer spielen, du kannst den Leuten, die reinkommen, sagen, was sie zu tun haben. Haben wir keinen. Ich glaube, die wollten, dass Patient das macht, aber wir sehen ja, dass er das schon kann, aber nicht über die Dauer, die wir es brauchen. Ja, was ist denn, tauschen wir jetzt im Winter zurück? Entschuldigung, René. Du meinst, wir zurücktauschen. Ich bin der falsch ansprechpartner. Du meinst, zurücktauschen, Silva wieder nach Milan und Rebic zurück. Genau, weil, also ich sag mal, dass der Rebic da keinen Fuß mehr fassen wird, das ist seit dem Trainerwechsel spätestens sonnenklar. Also ich glaube, der würde, wenn du den jetzt anrufen würdest und würdest sagen, hier Ante Frankfurter, würde sofort auf die Knie fallen und sagen, ja bitte. Der würde mit Sicherheit sofort sagen, ja bitte, ich glaube aber ganz ehrlich nicht, dass es funktioniert und ich sage euch jetzt auch warum und das ist der Punkt, den ich schon zweimal gerade eben dazwischen sagen wollte. Ich glaube nämlich nicht, dass ein funktionierender Sturm uns alleine weiterbringt, weil die Stürmer dann immer noch nicht bedient werden und ich sage euch auch warum. Und was ich so auch aus meiner Warte als einer der größten Punkte momentan sehe, ist, dass unser Pressing nicht mehr da ist und das liegt aus meiner Wahrnehmung heraus daran, dass wir vor zwei Jahren oder auch im letzten Jahr ist jeder in der Mannschaft für den anderen in der Mannschaft zwei Kilometer extra gelaufen und das sehe ich momentan nicht. Das liegt vielleicht auch ein Stückchen daran, dass die drei da vorne weg sind und die die andere Mannschaft so ein bisschen mitgezogen haben und das liegt aber auch zum anderen daran, weil wir momentan keinen Antreiber auf dem Feld haben, der die anderen auch nur ansatzweise mal komplett motiviert bekommt. Da macht jeder irgendwie so seinen Stiefel und die wollen auch alle irgendwie gewinnen, aber dass die da für den anderen da irgendwie mal rennen oder einer auch mal die Verantwortung übernimmt und sagt von wegen, komm ich peitsche uns jetzt nach vorne, ich hau mal das Ding da rein, das macht der Hinti dann mal zwischendrin, aber er schafft auch irgendwie nicht diese Sogwirkung auf die komplette Mannschaft da. Ach, ich weiß, also so krass negativ sehe ich dich gar nicht. Weil ein Rode zum Beispiel übernimmt die Funktion halt auch. Klar, du hast mit einem Kamada jemanden da drin, ich glaube, der ist froh, wenn der Mannschaft mal guten Morgen sagt und wieder tschöne. Also das ist halt kein Lautsprecher oder so. Aber ich glaube, du hast da schon Leute. Ein Fernandes, der übernimmt diese Rolle auch, aber der ist halt leider kein Fußballer. Das ist so, wie wenn du hinten einen Bulldozer reinsteckst. Da kann ich das umsensen, aber gut. Am Ball ist er halt auch nicht. Aber ich finde unser Mittelfeld tatsächlich eine echt gute Mischung. Also wenn du so einen Fernandes hast, du hast einen Rode, der tatsächlich für mich auch so ein bisschen die Motivation übernimmt. Du hast einen Kamada als feinen Techniker. Du hast einen Sogwirkung. Ich finde, da sind gute Elemente drin. Und ich glaube, ich sage ja auch nicht, dass da schlechte Elemente drin sind. Aber du hast halt da fünf einzelne Elemente. Du hast nicht ein Mittelfeld, du hast fünfmal ein Stückchen Mittelfeld. Ich glaube, die funktionieren sofort, wenn die vorne ihr Ziel haben und wissen, woher. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, auch wenn du das Pressing ansprichst, das Pressing fängt auch trotzdem vorne an. Genau. Ich finde auch trotzdem, ich finde, es gab viele Szenen, das war in London, ist mir das aufgefallen, weil ich da sehr, sehr gute Sicht habe, in der ersten Halbzeit, dass teilweise die Stürmer untereinander diskutieren und sich während dem Pressing noch sagen müssen, wo sie hinzulaufen haben. Und das ist für mich so ein Zeichen, wo du denkst, boah, das ist nicht so stabil, zu sagen, ey Leute, ihr seid eigentlich ein Dings, was sich immer gleichmäßig verschieben muss und was immer die Eintracht. Es gab so geile Szenen, wo die Eintracht hatte immer so zehn Minuten in ihrem Spiel drin, wo plötzlich alle am gegnerischen Sechzehner standen. Und das war wie so ein koordiniertes Überfallen. So von wegen, und jetzt machen wir das. Das wurde dann wieder rausgenommen, aber es war trotzdem koordiniert. Und das sehe ich momentan nicht, aber das fängt für mich im Sturm an. Und ich finde tatsächlich, dass Abwehr und Mittelfeld von Personal her für mich völlig in Ordnung sind, dass wenn da vorne, wie gesagt, ein Sturm wäre, dass das sich ausgleichen würde. Und das zweite Problem, was ich neben dem Sturm sehe, ist tatsächlich die, das ist die Taktik. Und die kommt vom Trainer. Also das ist für mich tatsächlich so zu sagen, okay, die Eintracht spielt sehr, sehr einfallslos teilweise. Auch von der Ausrichtung her. Und das war ja auch nicht so. Und ich wage trotzdem zu behaupten, dass das Mittelfeld letztes Jahr schlechter war, meiner Meinung nach. Also wenn ich überlege, dass wir teilweise Williams da reinstellen mussten, glaube ich, dass wir jetzt besser aufgestellt sind. Ich weiß nicht, was diese Systematik, weil am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, Hütter wollte ein bisschen so den zweiten Schritt gehen. Er hat gesagt, ganz ehrlich, und wenn ihr überlegt euch, wie weit außen mittlerweile auch die Innenverteidiger stehen, dass er gesagt hat, okay, wir wollen vielleicht gegen Mannschaften, die uns nicht so viel Platz lassen, noch mehr Druck erzeugen, indem wir, keine Ahnung, links ist es meistens Hintergang Kostic gewesen mit den linken Füßen. Und rechts waren es jetzt Abram oder Touré und Acosta. Dass du wirklich, wenn der rechte Innenverteidiger den Ball hat, war dann trotzdem noch ein Außenverteidiger da. Dass du wirklich, und dann hast du aber natürlich hinten bist du Konteranfälliger. Das habe ich gesehen am Anfang, das ist uns ein paar Mal um die Ohren geflogen. Das habe ich aber noch akzeptiert zu sagen, okay, das ist vielleicht ein Schritt, den musst du gehen, um das zu lernen. Dann, der bringt dir irgendwann einen Ertrag. Das wurde aber dann irgendwann eingestellt und jetzt hast du gar nichts. Ich weiß gerade nicht, was die Eintracht vorhat, muss ich sagen. Ich sehe, dass die Eintracht den Ball hat. In Freiburg war das auch so. Dann hat der Innenverteidiger den Ball und dann wird mal geschaut. Dann schauen wir mal, die wissen dann nicht, die wissen maximal den nächsten Pass. Die wissen aber nicht den übernächsten. Die gucken dann, da muss ganz viel Zufall dabei sein. Dann bolzt einer mal da hin, dann kann der Gegner den Ball da nicht stoppen. Dann hast du eine Situation, dann rennt Kostic mal irgendwie ein paar Räume frei und das war's. Ich sehe aber nicht dieses, wo man denkt, ah, das ist die Handschrift gerade. Das ist so für mich das, was mich am meisten stört neben dieser Stürmerproblematik. Aber ich sehe schon ein System dahinter. Das Problem ist, das System ist einfach so leicht zu durchschauen und auch zu unterbinden. Denn ich finde schon, dass die Innenverteidiger immer noch einen Kostic suchen und zwar nur einen Kostic. Wie oft denke ich manchmal im Spiel, meine Güte, probiert es doch nicht zehnmal über links. Das funktioniert doch nicht. Geht doch einfach mal, wenn ihr da Costa seid. Das wird aber überhaupt nicht. Da Costa ist dann verwaist oder auch die ganze rechte Seite wird überhaupt nicht angespielt. Sondern du versuchst so viel über links. Dann wird Kostic gesucht, der läuft zwei Meter und flankt aus dem Halbfeld. Das ist, ich gehe voll mit euch mit, dass Silva definitiv niemand ist, der im Endeffekt groß was mit einer Flanke anfangen kann wahrscheinlich. Sondern der braucht im Endeffekt seine Meter. Das ist vielleicht auch eher der Stil, dass er mal geschickt werden müsste und so weiter. Finde ich auch schade, dass da der Trainer nicht ein bisschen interveniert und sagt, okay, wir müssen hier vorne ein bisschen umstellen. Ist ein Taktikproblem. Jetzt komme ich aber noch zu einem Punkt, der mich auch tatsächlich nervt, ist tatsächlich das Pressing. Jetzt muss ich aber sagen, als Jovelic in der 84. oder 85. Minute reinkam, fand ich, habe ich das erste Mal wieder so ein bisschen da vorne auch Power gesehen. Auch, dass man einen Meter macht und Jovelic ist gerannt wie ein Geisteskranke in den zehn Minuten, die er auf dem Platz war. Wo ich gesehen habe, wow, das ist mal wieder was. Da fängt der Stürmer an, die Leute anzulaufen und die anderen ziehen mit. Ein Riesenproblem, finde ich immer, wenn die Einzelspieler und nicht der Kollektiv presst, hast du riesige Lücken. Dann verlierst du nur einen Spieler, er ist leicht auszuspielen und du hast eigentlich da nichts durchgewonnen. Und diese Team-Pressing-Situationen, die müssen vorne eingeleitet werden. Und da scheinen Silver und Paciencia nicht in der Lage zu sein, das zu machen. Und bei Dost, keine Ahnung, wir haben ja so wenig gesehen in letzter Zeit, da weiß ich es gar nicht mehr, wie es war. Also gut, also ich sag mal, wenn der so fit ist, wie er von sich selber behauptet, dann ist das jetzt auch keine Pressing-Maschine, die wir von dem erwarten können. Aber eigentlich auch mit dem, was du gerade gesagt hast, wir drehen uns immer wieder um denselben Punkt. Also es scheitert tatsächlich am Sturm. Weil wir haben niemanden, der die Flanken von Kostic verwenden kann, wenn wir durch die Mitte gehen. Das ist gar nicht so erfolglos. Also ich meine, da macht auch gerade Kamada meiner Meinung nach einen grandiosen Job. Hätte ich von dem nie erwartet. Aber da ist auch kein Abnehmer da. Und wenn ihr sagt, ja, Silver muss mal geschickt werden, wo ist der denn? Der ist doch nie anspielbar. Ja gut, aber der hat jetzt auch nicht viele Spiele gemacht. Aber in den Spielen, wo er gespielt hat, das ist ja das Ding. Am Anfang hat er noch gut gescored. Ich meine, er hat am Anfang zu Hause zwei Tore geschossen, hat glaube ich in den ersten vier Spielen oder fünf Spielen, die er gemacht hat, war die Trefferquote okay. Dann war er halt wieder draußen. Das ist ja das Problem. Du holst einen, der hat dann auch immer ständig Verletzungen. Deswegen kommen die ja auch nicht rein. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es nicht, also ich glaube tatsächlich, dass die Qualität von Dost, Silver und Prozenze eigentlich ausreichen würde, wenn die alle 300 Prozent fit wären. Aber das sind sie nicht. Und ich verstehe nicht, wie man das nicht sehen könnte. Dann würden sie aber auch bei der Eintracht nicht spielen wahrscheinlich teilweise. Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, wie man das nicht sehen konnte, zu sagen, okay, ja, eventuell ist das ein bisschen schlecht ersetzt dann davon. Weil Jovelic ja dann auch, den vergessen wir die ganze Zeit, der wurde ja auch geholt und man hat dann ziemlich schnell festgestellt, okay, der sieht aus wie eine A-Jugendliche, der braucht noch ein Jahr. Ist ja auch völlig in Ordnung für sein Alter und für seine Entwicklungsstufe. Also ich frage mich tatsächlich nur, was die Eintracht sich gedacht hat, wer die Tauern machen soll. Also das frage ich mich wirklich. Das ist eine gute Frage, ja. Weil ganz ehrlich mit Kamada, Alex hat es angesprochen, Kamada bringt für mich auch tatsächlich immer gute Elemente ins Spiel rein, die wir sonst nicht haben, weil er sehr, sehr ballsicher ist. Ja, aber mit dem hat man am wenigsten gerechnet und das ist für alle, glaube ich, eine Verraschung. Also ich glaube, selbst für den Verantwortlichen ist das so. Das war ja auch nicht eingeplant. Genau. Das ist auch was, was ich meine. Das kannst du ja auch nicht einplanen. Was ist denn, wenn der auch nicht da wäre? Was ist denn dann? Also dann hast du Gacinovic wieder da. Ja, ich muss sagen, wie gesagt, das ist für mich eine Fehlplanung, aber umso mehr wir darüber reden, müssen wir trotzdem auch sagen, es ist trotzdem alles kein Drama. Die Eintracht steht im gesicherten Mittelfeld. Wir sind nach dem DFB-Pokal, wir sind nach dem Europa-Pokal, können wir ziemlich gute Chancen weiterzukommen. Das ist alles in Ordnung. Warum, glaube ich, tatsächlich diese Negativität da ist, ist, weil jeder von uns einfach im Hinterkopf hat, es ist einfach mehr drin gewesen. Wie lange haben wir gewartet, bis wir diese Transferlöser hatten? Wie oft haben wir neidisch selbst nach Mainz geschaut, die ihre komische Boy-Group da verkauft haben? Nach Gladbach, die Reus, Jansen verkauft haben? Jetzt waren wir mal in dieser Driver-Seat-Position, haben diese Euphorie in der Stadt, dann hast du diese finanziellen Mittel plötzlich und dann machst du so ein Transferfenster im Sommer. Das ist meiner Meinung nach wirklich das Allerärgerlichste. Natürlich ist das keine Katastrophe, vergleichbar wie Köln oder so, wo alles einbricht. Nein, die Eintracht stabilisiert sich auf, für Eintracht-Verhältnisse trotzdem nach hohem Niveau. Nichtsdestotrotz, Leute, gerade wenn du diese Willkür in der Bundesliga-Mittelfeld-Dings da siehst, teilweise wäre mehr drin gewesen. Ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass die Eintracht nichts geschafft hat, den Kader zusammenzustellen, der in Freiburg unentschieden spielt, der in Augsburg gewinnt, der zu Hause gegen Hertha gewinnt und der zu Hause gegen Wolfsburg gewinnt. Ich frage mich, wie viel Glück und Pech dabei ist, weil, also ich sage mal, dass Jovic bei uns so einschlägt, das konnte auch keiner vorhersehen. Dass aus dem Rebic irgendwann nochmal jemand nochmal was wird, das konnte man noch nicht mal vorhersehen in der Saison, als er das erste Jahr bei uns gespielt hat. Und dass ein Haller einschlägt, das war auch nicht vorhersehbar. Haben die sich von den dreien, also hatten wir da einfach in einer Saison so brutales Glück und jetzt einfach genau das Gegenteil, dass von drei Stürmern eigentlich keiner so richtig fit ist und durchhält. Also ich meine, keiner von den dreien ist in seinem neuen Verein happy geworden. Also Haller hat gut angefangen und stark nachgelassen. Jovic wartet auf seine Einsatzminuten und über Rebic braucht man, glaube ich, gar nicht zu reden. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ist das so, ich habe ja auch gesagt, ich finde die Qualität, die ist gar nicht schlecht, die sind halt nicht fit und ich weiß nicht, ob man das nicht hätte trotzdem sehen können, weil das ist ja nichts, das ist ja nicht bei der Eintracht entstanden. Dass Silva noch nicht ganz fit ist und dass Dost noch nicht ganz fit ist, das hat ja nicht viel angefangen. Genau, dass wenn du jemanden aus der portugiesischen Liga holst, dass der nicht auf dem Niveau ist von einem Spieler, der von, keine Ahnung. Aber das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ich glaube, es geht hier nicht um die Qualität, weil das waren alles Transfers, wo ganz ehrlich, als Rebic dann weg war, waren alle irgendwie trotzdem froh, weil er die ganze Zeit genervt hat dann. Und dann hast du Andres Silva, wie gesagt, der kommt normalerweise nicht zu uns, aber der hatte auch seine Probleme. Ich bin voll darüber gefreut, das war für mich einfach so der Schüller-Ding. Ich freue mich auch immer noch, ich glaube auch tatsächlich, dass wenn der ein funktionierendes Gebilde kommt und der Spielpraxis hat und richtig fit ist, ist der besser als Rebic. Das Problem ist, ist er nicht und das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass man sagt, was hat die Eintracht hier für Gurken holt wie früher, keine Ahnung. Da haben wir ja tatsächlich keine Ahnung. Ja, du hast ja eben gesagt, quäke. Ja, oder da hat Bruchhagen sich mal in meiner Wiki an DVD angeschaut und hat gesagt, ja geil, wir holen meiner Wiki. Nein, das ist es ja nicht. Das ist, wie gesagt, trotzdem klagen auf kurzfristig hohem Niveau, was die Eintracht sich erarbeitet hat in den letzten Jahren. Trotzdem frage ich mich, ob man das nicht hätte sehen können, zu sagen, ey, Dost und Silver sind beide nicht komplett fit und die Wahrscheinlichkeit ist größer als, ganz ehrlich, wenn sich jetzt hier ein topfitter Spieler das Innenband reißt, dann mussten wir halt sagen, ja scheiße, das müssen wir jetzt kompensieren, bla bla bla. Das ist es ja aber nicht. Das sind ja zwei, die von Anfang an nicht fit waren und die nie richtig reingekommen sind und das Jahr ist jetzt um. Das ist trotzdem fahrlässig, finde ich, zu denken, okay, wir gehen dieses Risiko ein, was wir auch bei den anderen gemacht haben, wie Alex das gesagt hat. Aber mir geht es hier tatsächlich nicht um die Qualität oder zu sagen, die haben blinde geholt, sondern eher darum zu sagen, wir haben wirklich eine Wucht da vorne zu ersetzen, auch emotional für die Fans, weil jeder Fan war bei jedem Einzelnen traurig, als sie gegangen sind. Ja, und jetzt hast du das Gefühl, es schläft da vorne so ein bisschen ein, das ist sowohl sportlich als auch emotional für den Fans scheiße, weil du einfach nicht das Gefühl, auf was soll ich denn jetzt hoffen? Klar wird Pacienza wieder mal ein, zwei Tore schießen, aber ich will doch sehen, so, keine Ahnung, ich will auch was Greifbares haben, zu denken, okay, das kommuniziert wird, in der Rückrunde ist Dost topfit oder in der Rückrunde ist Silver topfit. Dann spielen die sich ein, dann können die auch mal, weiß ich nicht, die berühmten fünf Spiele hintereinander machen, wo man dann sehen kann, okay, wir geben euch genau dieselbe Zeit wie Jovic und Rebic und Haller, die übrigens auch Zeit gebraucht haben, die sind auch meistens erst in dem zweiten Jahr gestartet, aber du kannst im zweiten Jahr erst durchstarten, wenn du dieses ein Jahr hinter dich bringst, wenn du aber überhaupt nicht spielst, dann fängt dieses erste Jahr dann im zweiten Jahr erst an. Also, das ist, nervt mich krass, muss ich sagen, weil das trotzdem meiner Meinung nach... Dass einfach nur ein bisschen Geduld da sein muss, weil ich finde, wir haben uns schon verbessert, weil wenn du mal siehst, dass wir, wir haben einen Trab jetzt fix, wir haben den Rodeflug, wir haben den Hinteregger fix, das sind krasse Verbesserungspunkte. Ich bin ein großer Fan vom Soul geworden, Kamada ist ein Topspieler, das sind alles qualitative Verbesserungen, die da sind, die aber momentan so ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil wir uns ganz krass vorne auf den fehlenden Punkt, der meiner Meinung nach auch alles zum Stehen oder zum Erliegen bringt, fixieren. Und ich glaube, wenn einer von denen durchstartet, dann zieht es einfach Kreise und dann kommt das Ding wieder ins Rollen, weil ich glaube einfach, dass wir dahinter so viel richtig gemacht haben. Ich sehe es auch so, ich sehe es auch so, tatsächlich, ich habe das auch vor ein paar Wochen bei Fußball 2000 gesagt, als ich noch nicht wusste, dass das irgendwie ein kompletter Marsch ist, als ich immer dachte, geil, jetzt ist Länderspielpause, jetzt kann er mal zwei, drei Wochen mit der Mannschaft trainieren und dann ist er da. Und dann kommt er und sagt, was, neun Spiele? Ja genau, als diese Aussage kam, so, ich habe jetzt noch acht Spiele bis Weihnachten, ich kann maximal vier machen, habe ich gelesen, du hast doch noch gar nicht richtig angefangen, was ist mit dir? Nee, da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, da stimmt irgendwas nicht, hat sich ja dann bestätigt, Dennis und ich können da ja fast schon täglich telefonieren, wenn welche Meldungen kommen. Vor allen Dingen, was denkt er sich dabei? Also da läuft ein 35-Jähriger mit dem zusammen aufs Spielfeld und spielt alle Spiele und er sagt, was acht? Also maximal vier. Naja, aber das ist das Ding, ich glaube, Alex, das ist genau das, was du sagst, dass die Eintracht viel richtig gemacht hat, dass wir wirklich auf hohem Niveau uns beklagen, weil ich glaube tatsächlich, sagen wir das, was ich vor ein paar Wochen von DOS gefordert habe, wäre eingetreten, zu sagen, okay, er wird der neue Fixpunkt im Spiel. Sturm gewöhnt sich an die Abläufe, weil er ist derjenige, der schießt, das haben wir doch auf Pauli gesehen, der schießt dann einfach auf zwei Tore fertig, so. Dann weißt du auch nicht genau wie, aber ist ja egal. Und der schießt vielleicht dann in Mainz auch das 2-0, obwohl du überhaupt gar nicht weißt, wie du zu deinem Glück kommst. Der schießt vielleicht in Freiburg irgendwie, also das sind so Sachen, wenn der topfit ist und wenn der integriert ist und diese Spielpraxis wieder hat und diese Bundesliga-Härte, die ihm scheinbar, weil er hat ja in Wolfsburg gespielt, die ihm scheinbar in Portugal abhandengekommen ist, weil er da, weiß ich nicht, vielleicht drei Topspiele hat und ansonsten ein bisschen rumgekickt hat. Ich glaube, wenn das da wäre zum Beispiel, das wäre so ein Mosaikstein, der könnte die ganze Sache wieder ein bisschen ins Positive drehen und dann hätten wir vielleicht vier Punkte mehr und dann redest du ganz anders. Also das ist, glaube ich, wir reden hier tatsächlich, glaube ich, nur, diese Problematiken, die wir ansprechen, sind keine. Ja, ich komme wieder drauf. Ich freue mich auch, dass die Alex endlich mal wieder da ist, weil ich mich jetzt an die ganzen Sendungen erinnere, wo wir wirklich auch langfristige Probleme immer besprochen haben. Wo wir gesagt haben, Alter, die Eintracht kriegt nix auf die Kette Social-Media-mäßig, nicht Kaderplanung-mäßig, gar nix. Ja, und die sind richtig geil geworden, was Social-Media angeht. Ja, siehst du, meine ich, und es macht echt Spaß in... Auch was die Transfers betrifft, also wir regen uns tatsächlich über Kleinigkeiten auf, wo vielleicht auch ein bisschen Pech ist, weil einer nicht fit ist oder einer verletzt. Es ist trotzdem ärgerlich, weil du es, glaube ich, mit wenig Aufwand hättest verändern können, wenn du irgendwie einen Stürmer holst, der dir, weiß ich nicht, diese berühmten zwölf Tore garantiert. Und das hättest du meiner Meinung nach, wären die finanziellen Möglichkeiten da gewesen. Sie sind ja auch mal klar, ne? Also ich meine, von der Code ist noch nicht allzu viel ausgegeben. Man muss halt auch mal sagen, dass wir die drei Rückholaktionen, wenn das wirklich alles unter zehn Millionen gelaufen ist, dann ist das alles für einen Spottpreis gewesen. So, aber was ist denn zum Beispiel hier von Augsburg, wie hieß er, der unbedingt nach Werder wollte? Der ist doch im Winter auch wieder zu haben, Gregoritsch. Gregoritsch, ja. Gregoritsch, genau. Also ich glaube, da geht was. Also es muss doch Geld da sein, um jetzt noch einen Stürmer zu holen, der auch sofort mit einsteigen kann. Und ich glaube, dann sind alle unsere Probleme gelöst, weil ich glaube, du musst auch so ein bisschen Druck von denen nehmen, von einem Silver, dass da vielleicht die Erwartungshaltung zu hoch ist oder, ja. Also es ist halt auch kein, es ist halt auch nicht so jemand, der das Spiel an sich reißt. Und wenn derjenige aber da ist, dann schafft es so jemand vielleicht nebendran zu glänzen. Ja, könnte, könnte eine Möglichkeit sein. Hilft uns jetzt bei dem Hertha-Spiel an sich erstmal nicht. Danke, René. Ich dachte, wir müssen darüber nicht mehr reden. Ja, vielleicht hilfe uns zumindestens die Frage mit, spielen wir weiterhin mit Flanken oder spielen wir nicht doch ein bisschen mehr durch die Mitte in dem Spiel am Donnerstag? Showdown in der Euroleague gegen Guimarisch. Ich weiß immer noch nicht, ob man das so richtig ausspricht, aber ich bleibe jetzt einfach dabei. Donnerstag 18.55 Uhr, ich weiß gar nicht, ist das Spiel Arsenal-Lüttich, ist zeitgleich, oder? Sind die nicht immer zeitgleich? Normalerweise ja. Viele waren alle immer, immer zur selben Zeit. Ich weiß nicht, ob da nochmal ein Versatz reingebracht wird oder was auch immer. Den Menschen bei der UEFA ist ja prinzipiell immer erstmal alles zuzutrauen, ne? Muss man ja hier mal festhalten. Aber ich meine, es wäre zeitgleich. Genau, also wir spielen 18.55 Uhr zu Hause und ich glaube, darauf verlassen, dass irgendwie Arsenal gegen Lüttich da unbedingt irgendwie einen Sieg holen will, können wir uns nicht. Die haben zwar gerade so ein bisschen Aufwind, haben jetzt tatsächlich nach zehn Spielen das erste Mal wieder in der Premier League gewonnen. Ist auch irgendwie krass, wenn man mal überlegt hat. Hat er 70 Minuten auf der Bank gesessen, auch wieder total beschissen eigentlich, der Arme. Ja, das ist ein anderes Thema, aber trotzdem eigentlich auch irgendwie krass, wenn man überlegt, dass Arsenal irgendwie, wenn man mal zu früher vergleicht, wir hatten ja vorhin schon so irgendwie von vor zehn Jahren, mal irgendwie zehn Spiele in Folge nicht gewinnt, ist auch schon irgendwie eine krasse Ansage. Ja, aber ich glaube, deswegen haben die den Druck zu gewinnen, ne? Also ich glaube schon, dass der allein von außen da ist. Jetzt nicht vom Ergebnis her, dass sie weiterkommen, ist das, glaube ich, unstrittig. Da muss halt schon viel passieren, aber wobei kann das überhaupt noch passieren? Ich glaube, rechnerisch kann das noch passieren, ne? Aber ich glaube, die haben den Druck von außen, jetzt Ergebnisse liefern zu müssen, weil sie halt einfach… Ne, also im Prinzip, wenn wir mal überlegen, Lüttich hat sieben Punkte, Arsenal hat zehn. Selbst wenn Lüttich gewinnt, haben die zwar auch zehn punktgleich, aber da ist neun Tore Unterschied bei der Tordifferenz. Aber zählt dann nicht der direkte Vergleich? Direkter Vergleich zählt also. Genau, also ich meine, wir können alle auf zehn Punkte kommen, aber dadurch, dass der direkte Vergleich zählt, ist Arsenal, glaube ich, auf jeden Fall weiter, weil dann nicht die Tordifferenz zählt. Aber ja, wie auch immer, also ich glaube, denen jetzt viel ist, nicht in der Euroleague einfach weiterzukommen, sondern jetzt zu einer Souveränität zurückzufinden. Und dadurch müssen sie auf jeden Fall am Donnerstag auch gewinnen, weil ansonsten geht bei denen halt auch, ich meine, guck dir doch das Spiel gegen uns an, das war ja fast ein Geisterspiel. Also nicht nur für uns, sondern für die auch. Ich glaube, das war ein Geisterspiel, also zumindest im Fernsehen habe ich das so… Das ist ja auch alles völlig wasch, der muss gewinnen, aussehen wir mal. Ja, das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte, wir können uns nicht drauf verlassen und wir müssen das Ding einfach selbst irgendwie da durchbringen und da die drei Punkte mitnehmen. Guimarex ist jetzt für mich auch nicht die Übermannschaft, also… Das ist halt der Punkt, ne, also vor vier Monaten hätten wir gesessen und gesagt, ja, wer ist ein Guimarex? So, wenn du noch so das Selbstbewusstsein von der letzten Saison mithast, aber ich glaube, nach den Erfahrungen… Vielleicht ist es auch ganz gut, vielleicht sind wir einfach ganz in der Realität wieder angekommen. Vielleicht wissen wir, vielleicht kriegen wir jetzt gerade beigebracht, dass man nicht jeden zweiten Tag saufen gehen kann. So, kannst nicht alle zwei Tage, es ist halt einfach so. Nein, wir müssen jetzt auch mal wieder ganz normalen Alltag überwinden. Das erschüttert Lennis jetzt, glaube ich, aber nachhaltig. Oh mein Gott. Wir spielen 2-2 gegen Hertha und wir spielen jetzt gegen Guimarex und sind nicht der absolute Favorit. Es ist halt so, ich meine, gut, wir sind immer auf die Eintracht, vielleicht erdet das uns so ein bisschen. Wir können dann kommende Erfolge wieder krass genießen. Ja, Herr Reber, zieh die Maske aus. Nee, ich muss sagen, ich will nicht, wenn das mein Alter ist, aller Krise hin oder her, bei allen Norden, du musst trotzdem gegen die Gewinne aus die Maus. Fertig, also da gibt es nichts zu diskutieren. Das hätte auch die alte Eintracht mit Stefan Aigner gemusst, gegen Guimarex zu gewinnen. Guimarex. Bei der Aigner-These gehe ich jetzt nicht so ganz mit, aber ja, also da hast du schon ein Stück weit recht. Egal, was da ist und erst recht in der jetzigen Situation, auch wenn wir in der Liga gerade irgendwie so ein bisschen underperformen, aber wenn man sich allein anguckt, was da für Namen auf dem Zettel stehen, darf es da eigentlich keine zwei Meinungen geben, ist schon richtig. Vor allen Dingen ist das auch alles nicht schlecht. Ich meine, wir haben es ja auch schon mal, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, ne, also wir haben eigentlich eine gute Innenverteidigung, wir haben gute Abwehrspieler, wir haben ein gutes Mittelfeld, wir haben ganz viele unterschiedliche Facetten auch im Mittelfeld. Von daher glaube ich gar nicht, dass die Eintracht so berechenbar ist, weil wenn du dir die Mittelfeldspieler mal anguckst, das sind alles komplett unterschiedliche Spielertypen, die je nachdem, wie du sie aufstellst, einfach ein ganz unterschiedliches, ein ganz unterschiedliches Spiel draus machen können. Das finde ich gar nicht, Alex, das finde ich gar nicht, ich finde, wir spielen, also ich gehe mit, dass die Spielertypen alle anders sind, aber du kannst hier durchmischen und es passiert immer genau das Gleiche, nämlich du versuchst immer über Kostic zu spielen und flangst irgendeinen Schwachsinn rein. Aber das ist ja der Punkt, den ich vorhin meinte, das hat jetzt nichts mit irgendwie spielerischer Qualität zu tun oder damit, wer da auf dem Platz steht, ich stimme der Alex dazu, wir haben sehr unterschiedliche Spielertypen und wir könnten da viel mehr machen, aber es ist keiner dabei, der die Verantwortung übernimmt und sagt von wegen, komm, wir machen jetzt hier mal was, wir probieren hier was, sondern die gehen immer den einfachen Weg, langer Ball auf Kostic und der soll es richten. Das hat aber nichts mit den Spielertypen zu tun, sondern dass sie keinen Arsch in der Hose haben. Ja, beziehungsweise auch ihr Potenzial nicht abrufen. Genau. Der eine Zige, der permanent den Ball haben will, ist der Kamada. Also der hat ja, glaube ich, die Arme schon so, Hände nach vorne und nach unten zeigen, die sind ja, glaube ich, schon so gewachsen. Ja, da kann sich der Herr Neuer mit seinem Reklamierarm bald was von abgucken. So, und dann ist natürlich am Ende des Tages, Spielaufbau über der Costa oder Kostic ist halt auch in den Köpfen dann auch immer noch drin, hat letztes Jahr funktioniert, wenn gar nichts mehr geht, gib halt auf die Außen und hoff auf eine Flanke. Irgendwann geht so ein Ei schon mal rein. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Tat der Verzweiflung, weil vorne nichts geht. Weil ich glaube, von der Anlage her, von den Mittelfeldspielern, die wir haben, mit So, mit Kamada, mit einem Rode, ist es prädestiniert, dass wir durch die Mitte kommen. Weil da sind gute Spieler dabei, die auch mal zwei, drei Spieler stehen lassen können. Aber dann muss halt auch vorne mal jemand sein, der den Ball nimmt und reinhaut. Vor allen Dingen, ich will gar nicht, dass die Eintracht gar nicht mehr flankt. Es ist trotzdem nur, es ist so wie im Football. Wenn du die ganze Zeit rennst, dann wirst du die Gegner irgendwann, dass du rennst. Dann können die das verteidigen. Wenn du aber ab und zu einen Pass dazwischen machst, dann können die sich auf dein Laufspiel nicht einstellen, weil die ständig damit rechnen müssen, dass du auch vielleicht passen kannst. Und das ist doch bei der Eintracht das Gleiche. Wenn bei der Eintracht klar ist, dass sie flanken, kannst du das viel besser verteidigen. Und dann köpfst du alles raus und stellst deinem Laufspiel. Und auch nur von der linken Seite, das ist ja das Schlimmste. Ja, das ist das eine. Du musst halt einfach ein bisschen Variabilität reinbringen, dass der Gegner sich nicht mehr darauf einstellen kann. Und dann macht es auch die Flanken wieder gefährlicher, weil die vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Platz und mit ein bisschen mehr Zeit irgendwie die Wege in der Mitte zu laufen, dann besser sind, als wenn Danny da Costa mit so einem Ding über den Schlappen rutschen lässt und der irgendwie mit 5 kmh in den Strafraum kommt. Das ist ja die Variabilität. Und wenn du durch die Mitte ein bisschen spielst, machst du das Flankenspiel ja auch wieder viel gefährlicher. Ja, dann aber auch bitte, dann sollen sie mir bitte aber auch noch einen Gefallen tun und vorher gucken, wer der vorderste Spiele ist. Das macht Sinn, wenn da ein Paciencia und ein Dost steht. Das macht keinen Sinn, wenn da ein Kamada steht, umringt von Innenverteidigern, die 1,90 Meter sind. Entschuldigung. Ja, Donnerstag. Gemarisch. Haben wir ja auch schon besprochen, wir müssen gewinnen, fertig. Gut, dann jetzt Aufstellung. Wenn das so einfach ist, machen wir jetzt ganz einfach die Aufstellung. Die Frage ist ja, Abraham mal zurück. Ist irgendjemand gesperrt? Abraham darf, ne? Abraham darf. In der Euroleague darf er, ja. Wird das, glaube ich, niemand sonst. Also wenn alle da sind, würde ich mit Indika links, Torey rechts, hinterher in der Mitte spielen. Nicht Abraham einsetzen? Weil das der einzige Wettbewerb ist, wo er darf? Also, ich glaube, die paar Spiele können die jetzt auch noch zu Ende rohren. Also ich finde das gefährlicher, ein tiefstehender Gegner, wenn Torey dabei ist, weil der zur Not auch noch flanken kann. Also was war das? Hinti links? Ein Dicker in der Mitte? Nein, nein, nein. Ein Dicker links. Ein Dicker links. Hinterägger in der Mitte. Wobei, ja, ist schwierig. Aber klar, Abraham wird heiß sein auf jeden Fall und ist fit. Was auch eine Idee sein könnte, ist sozusagen Hasebe wieder reinzustellen, dass Hinterägger der Linksverteidiger ist, weil dann ist er meiner Meinung nach nach vorne noch gefährlicher, wenn wir es gerade momentan brauchen, weil dann reißt er nicht diese zentrale Lücke, wenn er mit nach vorne geht, sondern ist dann quasi nur, in Anführungszeichen, der linke Händenverteidiger, der dann wirklich ein bisschen mehr mit nach vorne gehen kann. Also, ja, aber ich finde, Alice hat es schon gesagt, ich finde hinten, mir ist es tatsächlich fast egal, wer spielt, weil ich bin zufrieden mit den drei, die da spielen. Seid ihr, der kommt jetzt auf die Idee, Russen verletzt zu stellen, aber das wird ja nicht passieren. Also da müsste, glaube ich, schon viel passieren, dass er das tut. Aber das mit dem Hinti geht nach vorne und reißt an der Lücke, ist halt schon ein wichtiger Punkt. Also, das war ja in dem Spiel vor Hertha so ein bisschen auch der Punkt, dass dann da hinten einer gefehlt hat. Vielleicht tut Hasebe auch mal wieder ganz gut, dieser überforderten Bande. Also, kommt der Papa wieder rein. Okay, dann schreiben wir mal Hinti oder, ja, eigentlich wäre es Hinti auf links, dann rotiert Dika auf jeden Fall wieder raus. Das wäre genau, Dika und eventuell rotiert auch Touré raus. Hinti, Eger, Hasebe, Abraham, old school. Never change a running system. Ja, davor Rode, oder? Ja, gerne. Ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Als er eingewechselt wurde, war wirklich... Die Frage ist ja jetzt eher die Position da oder nicht doch irgendwo ein bisschen weiter vorne, weil so ganz torungefährlich ist er ja auch nicht und du kannst im Samplesfall da ja auch einen Fernandes hinstellen, der halt einfach wegknüppelt. Himmels Willen, nein. Also, wir haben jetzt genug rote Karten dieses Jahr bekommen. Ja, vielleicht müsste man ihm einfach noch mal erklären, wo der Unterschied zwischen gelb und rot ist und das zweimal gelb gleich rot. Ja, also einfach noch mal so ganz irgendwie simpel aufmalen und sagen, zweimal das, nein. Einmal das, nein. Aber brauchen wir so einen Zerstörer wie Fernandes gegen Guerrera-Schichten? Das glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht. Deswegen hätte ich da gerne Chor. Das ist jemand, der spielt ein bisschen überlegter in meinen Augen und mit ein bisschen mehr Feingefühl. Deswegen würde ich an der Stelle ein Chor sehen. Und Rode, wie du eben hier sagst. Wenn du bei Chor-Feingefühl siehst, das wundert mich ein bisschen. Die Frage hätte ich jetzt auch gestellt. Warte, 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 im Vergleich zu Fernandes. Finde ich gar nicht. Ich finde, Chor ist ein deutscher Fernandes. Also tatsächlich, muss ich sagen. Ich würde tatsächlich Rode da hinstellen. Und ich glaube, Forse, So und Kamala. Ja, das wäre auch meine. Und die Außen, Kostic und Kostic. Kostic, Kostic, klar. Und dann vorne ist jetzt, ja gut. Würde ich eigentlich gerne mal Juwelijic von Anfang an sehen für Silvan. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, wir müssen Silvan jetzt durchschleppen. Das wird Silvan-Pazientia sein. Das Ding ist, dass wir bei der Eintracht mal sitzen und sagen, also diesen Silvan, den müssen wir jetzt nicht durchschleppen. Den anderen Silvan, den Europameister, den müssen wir nicht durchschleppen. Diese 30 Millionen Pfeife, den ziehen wir halt jetzt mal mit bis Weihnachten. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt keine Alternative und ich will auf gar keinen Fall nicht mit zwei Stürmern spielen. Von daher. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, und dann bitte auch mit zwei echten Stürmern, weil diese Kombination irgendwie, ein echter Stürmer und Kamala da vorne. Nee, der ist kein Stürmer. Nee, es ist doch in Ordnung. Du kannst doch, mach doch einfach eine Doppelsex. Rode und so, dann machst du davor auf die zehn Kamala und dann hast du vorne Paciencia und Silva. Dann hast du ein bisschen Zentral im Spiel. Du hast trotzdem noch Kossisch und Dacosta. Kannst vielleicht ein bisschen variieren. Ich glaube tatsächlich, dass alle taktischen Überlegungen, die wir jetzt hier auch angestellt haben, am Donnerstag völlig egal sind, weil da kommt ein Gegner, der spielt anders als die meisten Bundesligisten. Der wird sich hinten reinstellen. Du weißt überhaupt nicht, wie die drauf sind, was sie vorhaben. Also da kommt es tatsächlich drauf an, zu sagen, okay, und da lasse ich mich auch gerne drauf ein, selbst wenn wir hier da nur 1-0 gewinnen und Hinteregger macht noch ein Tor und das nach einer Ecke, das ist mir egal. Also ich glaube tatsächlich, dass wir am Donnerstag vor und nach dem Spiel nichts über irgendwelche taktischen Dinge erzählen werden. Ganz kurz nur, Leute, ich habe die Woche gelesen, dass wir die nach Standards, insbesondere Ecken, die gefährlichste Mannschaft der Bundesliga sind. Das ist korrekt. Weil wir irgendwie 6 Tore gemacht haben. Aber das ist doch, also wenn ich, was ich da sehe, was da für ein Bullshit gespielt wird, es ist anscheinend manchmal aus, anscheinend doch noch mehr draus als viele andere Mannschaften. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich sagen. Aber Wahnsinn, also weil ich finde wirklich, diese Ecken erinnern mich schon teilweise wieder an diese Zeit, als wir hier gesagt haben, oh Gott, teilweise sind die Ecken zum Gegenkonto mutiert und hatten ja auch, glaube ich, die Situation, war das nicht die Core-Rote-Karte auch, die aus dem Standard entstanden ist? es ist halt wirklich nervig. Dementsprechend, ich hoffe auch drauf, dass wir im Endeffekt wieder gut nach vorne, ja, eventuell unsere Chancen auch aus Standards machen. Ich hoffe nur auch, dass wir gescheit hinten abdecken, denn diese Kontermistsachen, und das kann gegen Guillermarisch immer passieren, dass die auch mal da irgendeinen Glückstreffer dann machen, will ich auf jeden Fall vermeiden. Also gerne gut absichern bei den Standards. Das ist nur was, was mir auf dem Herzen jetzt noch gelegen hat. Sorry. Ja, aber ansonsten hast du halt am Donnerstag auch einfach eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung und ich glaube, wieder eine ganz andere Motivation. Also ich glaube, da haut sich auch jeder nochmal anders rein wie gegen Mainz in der Bundesliga. Also auf das Spiel habe ich ja als Fan noch nicht mal Bock. Ja, das meinte ich ja damit, das wird, ich glaube, aus diesem Spiel werden wir auch nichts ableiten können für die Bundesliga und für die weitere Entwicklung, weil das ist ein Sonderspiel. Da wird wieder, da wird eine Mörderatmosphäre sein, weil die Eintracht tatsächlich zum zweiten Mal hintereinander, das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, Leute. Die Eintracht kann zum zweiten Mal hintereinander in Europa League überwintern. Dann sind wir wieder in den K.O. Spielen und trotz allen Widrigkeiten, die wir hier zu beklagen haben, muss man sich trotzdem auch das vor Augen führen, dass das funktioniert hat. Das ist eine Leistung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen und allein diese Tatsache, dass das möglich ist und wirklich auch nicht unwahrscheinlich. Also wir haben jetzt hier nicht so ein Ding, dass wir sagen, oh, wir brauchen diesen Eintrachtmoment, wo wir irgendwie was Unfassbares erreichen, sondern du musst zu Hause gegen Jim Reich gewinnen, das sollte drin sein und dann wissen wir, glaube ich, alle, was abgehen wird und dass die Stimmung sein wird. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das wird ein Sonderspiel. Ich hoffe auch, dass es das wird. Allein schon, wie du schon sagst, mit der Situation, du kannst eben dieses zweite Mal überwintern im internationalen Wettbewerb sicher machen. Allein das gibt dem Ding schon so einen Touch, dass du davon keinerlei Vergleiche oder Schlussfolgerungen für den restlichen Betrieb irgendwie ziehen kannst. Obwohl ich schon finde, dass gerade wenn Silva beispielsweise mal treffen würde, da eventuell in der Knoten platzen kann. Obwohl ich das auch bei Kamada gedacht habe, nachdem ich die zwei Buden gemacht hatte. Und dann läuft der in Mainz in der letzten Minute vor Zorn verstolpert dieses Ding. Da habe ich mir gedacht, da hat er in einer Szene wieder dieses Ding kaputt gemacht. Naja. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, muss ich sagen. Das ist so dieses, man benutzt es ja ein bisschen aus, es kann auch ein bisschen ablenken von diesem Kram. Das war übrigens auch letzte Saison auch so. Da waren wir in der Liga auch kacke und dann hat diese Europa League wirklich auch viel überschattet. Ich hätte nichts dagegen, wenn das wieder so ist, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal. Also wünschenswert, wer ist auf jeden Fall. Was ist denn euer Ergebnistipp? Frau Alex, Sie dürfen mal anfangen. Ich würde mir mal ein Spiel zu Null wünschen. Ich, ich nehme mal den ganzen Optimismus, den wir hier so zwischen den Zeilen haben, aufgesammelt mit und tippe auf ein 2-0. Dennis? Ich tippe ein bisschen knapper. Ich denke, es ist ein 2-1 und hier kann ja nicht der Mist passieren, wie in der Bundesliga mit dem Video Schiedsrichter, worüber wir ja gar nicht gesprochen haben, wahrscheinlich wohl bedacht. Ne, 2-1 hoffe ich mal, dass wir einfach da eine schöne Runde weiterkommen. Basti? Ich sage gerne noch, gewinnt 1-0. Standardsituation irgendein Verteidiger. Ich gebe bei dem 1-0 mit, entweder ganz früh im Spiel und danach wird es irgendwie sehr eklig anzuschauen oder es wird vorher eklig anzuschauen und dann irgendwie so kurz vor knapp. Ich kriege mich gerade nicht so richtig motiviert. Ich glaube auch nicht, dass wir einen fußballerischen Leckerbissen serviert bekommen, muss ich sagen. Was aber auch völlig egal. Du hast komische Definitionen von Leckerbissen. die Eintracht wird uns Lügen strafen. Die Stürmer werden uns am Donnerstag mal zeigen, wer ihr Recht hat und wer Ahnung von Fußball hat und wer nicht. Korrigierst dann mal deinen Tipp auf 4-0 oder was? Wahrscheinlich steht es zur Halbzeit schon irgendwie 5-0 und sie wechseln dann irgendwie noch den dritten Torwart zur Pause ein. Das hat mit Alex Meyer immer so astrein geklappt, umso mehr ich mich über den aufgeregt und umso mehr verkackte Torer hat er geschossen. Dann reg dich mal bei Silva jetzt noch ein bisschen auf. Ich tue es die ganze Zeit schon. Noch mehr. Beleidige. Das stimmt schon. Bei Alex Meyer warst du immer dagegen und er hat getroffen wie sonst noch was und bei Kajo warst du immer dafür und er wusste nicht mal, wo das Tor steht. Da ist was Wahres dran. Also, beweist mir auch in dieser Saison wieder, lieber Eintracht, dass ich keine Ahnung von Fußball habe. Schauen wir mal. Apropos, keine Ahnung von Fußball, sprechen wir über Schalke. Das ist das Spiel am Sonntag, 18 Uhr, auswärts. Nochmal hier die Erinnerung. Ihr könnt einmal zwei Wippkarten gewinnen. Jo, Schalke halt. Auswärts, Sonntag ist natürlich schon Abfuck. A, das und B. Ich finde es immer ganz, ganz schwierig, das vor dem Europa-League-Spiel schon irgendwie zu sagen. weil ich weiß es nicht. Ich finde es bei Schalke so oberschwer. Also ich meine, das ist tendenziell fast eine identische Mannschaft zum letzten Jahr. Die haben letztes Jahr null performt. Ich finde, die sind dieses Saison bislang so ein bisschen was wie der Überperformer, die weit über ihren Möglichkeiten in der Tabelle stehen. Also ich finde nicht, dass die auf Tabellenplatz vier gehören. Du hast auch gar nicht mitbekommen, dass die Vierter waren. Ja, ja, genau. Also das ist für mich eine der überbewertetsten Mannschaften momentan noch. Von daher fällt es mir ganz, ganz schwer, da irgendwie was Sinnvolles zu tippen oder vorherzusagen. Ja. Ich glaube, dass die Eintracht ganz klarer an der Doktor ist. Ich glaube, die haben die reifere Spielanlage. Die haben momentan mehr Flow und mehr Glück einfach auch. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn die Eintracht dann einen Punkt holt, wäre ich hochzufrieden, muss ich sagen. Also ich rechne mir tatsächlich auf Schalke gar nichts aus. Dementsprechend hoffe ich halt tatsächlich, dass wir noch sechs Punkte holen gegen Köln und Paderborn. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich da dem Weihnachtsmann viel, viel Wünsche irgendwie unter den Baum lege, weil Köln und Paderborn zu schlagen, ganz ehrlich, wenn die Eintracht das nicht gebacken kriegt, gegen die beiden sechs Punkte zu holen, dann müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal ganz anders reden. Wenn du jetzt auf Schalke verlierst, nach diesem hoffentlich Fest gegen Gimareisch, dann ist das so, da haben schon andere verloren, du kannst, da verlierst du wahrscheinlich irgendwie unglücklich 2-1, weil Schalke dann irgendwie den mehr Willen hat und mehr Power noch, aber das wird trotzdem nicht das entscheidende Spiel. Also wir werden, wenn die Eintracht auf Schalke verliert, werden wir in dem Rückblick auf die Hinrunde nicht darüber reden, zu denken, ah, das war das ärgerlichste Auswärtsspiel, wo wir verloren haben, sondern da reden wir wirklich über Augsburg, Wolfsburg, Hertha, Mainz. Auch Freiburg. Und Basti, die Saison erinnert mich eher dran, dass wir gegen Schalke irgendwie ein glückliches 1-0 reindödeln und dafür dann gegen Paderborn irgendwie lebendig verlieren am Ende. Also das ist wirklich... Wahrscheinlich gewinnt die Eintracht gegen Gimareisch und Schalke und spielt dann zu Hause in Köln unentschieden. Ja, ja. Wahrscheinlich. Verliert gegen Paderborn kurz vor Weihnachten. Das ist sogar... Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ja, das ist halt jetzt auch alles... Da ist jetzt gerade irgendwie viel Druck auf dem Kessel, da jetzt noch irgendwie die letzten Punkte mitzunehmen, um nicht dann doch irgendwie über eine schlechte Hände und das Lagen zu lassen. Ja, und das ist das Problem. Dieser Druck auf dem Kessel kann dann das dafür sorgen, dass du die Hände verbrennst. Ja. Also, dass du wirklich diesen Fass schon Zwang hast, die beiden wegzuhauen, um wirklich nicht irgendwie komplett eingeschlafen in den Winter zu fahren. Das ist blöd. Hat Paderborn diese Saison eigentlich schon ihren Trainer gewechselt? Nein. Weiß ja nicht. Wird auch noch passieren. Wird auch nicht passieren. Meinst du nicht? Da kann ich dich beruhigen. Ja, da hätte ich nämlich dann jetzt eins auf einen Schiss vor. Köln hat ja schon... Die sind ja schon durch. Köln... Ja, gut. Bei Gistol weiß man nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Gistol am Wochenende schon wieder wächst. Ich glaube, da kriegst du eine gute Quote. Wenn du jetzt nochmal einen draufsetzt, Gistol vor der Winterpause. Ja, vor dem Eintracht-Spiel und dann haben die, weiß ich nicht, wer der Interimstrainer wird und dann ist ja aber der Ofen aus. Ei, 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 ei. Ja, wird spannend. Wird spannend, wird spannend, wird spannend. Ja. Aber Schalke, ja, ich tue mich auch echt schwer, die einzuschätzen. Ich sehe das ähnlich wie Alex. Die sind auch so ein bisschen sehr vom Glück gesegnet diese Saison. Das wird natürlich jetzt jeder Schalke irgendwie anders da sehen, aber so richtig die Highlight-Dinger habe ich da jetzt auch noch nicht gesehen. Nun gut. Ja, ich finde schon, dass sie eine reife Spielanlage haben, muss ich sagen. Also David Wagner ist, glaube ich, zumindest defensiv echt ein Trainer, der einen Plan hat. Ich glaube, das wird man merken. Ja. Okay. Ja, gehe ich mit, aber Defensive ist jetzt für mich halt auch noch kein Highlight. Ja, doch. Also der hat diese, meiner Meinung nach, den überbewerteten Kader von Schalke, der macht ja schon was draus, finde ich. Ich glaube tatsächlich, dass wenn der noch ein Jahr kriegt und so ein bisschen seine eigene Vorstellung in diesen Kader mit einfließen lassen kann, dass das nicht so schlecht werden könnte mit dem. Vor allen Dingen, unter dem funktionieren halt auch manche Spieler wieder. Also ich meine, wir kennen die Otypke oder Mascarell. Was war denn letztes Jahr mit Mascarell? Ich meine, der war zwar lange verletzt, aber auch dann, wie er ins Spiel eingebunden wurde, das war ja nichts. Und das funktioniert jetzt auf einmal alles wieder. Schalke ist vielleicht sogar ein bisschen baugleich wie wir, außer dass die vorher, dass bei denen, die sind schon dran gewöhnt, aber die haben halt auch jetzt nicht den beeindruckendsten Sturm der Bundesliga mit Burgstaller und wie sie alle heißen. Ja, aber ich sag euch Leute, das wird eine harte Nummer. Ich seh das nicht, dass sie ein Dritter gewinnt. Aber gut. Küsseldorf hat auch 3-3 da glaube ich gespielt, also wer weiß. Ich meine, ja. Keine Ahnung. Das ist wie gesagt auch schwierig jetzt schon. Ja. Bewerfe. Müssen wir auch nicht im Detail drüber sprechen, wie du schon sagst, ist noch viel hin und wer weiß, wie das am Donnerstag irgendwie ausgeht und was das dann für Auswirkungen auf das Spiel am Sonntag habt. Deswegen würde ich jetzt Aufstellungen in der Tat auslassen, aber einen Tipp hätte ich trotzdem gerne von euch. Da kommt ihr mehr hier nicht von weg. Sagt die Eintracht für die 2-1. Das traue ich mir fast gar nicht aufzuschreiben. Alex, du bist doch bestimmt ein bisschen positiver. Ich tippe per se nicht gegen die Eintracht. Das geht nicht. Ich gehe auf ein Unentschieden. 2-2. Dennis? Ich glaube tatsächlich, dass wir glücklich über den Standard 1-0 gewinnen. Ich gehe auch auf ein Unentschieden, aber zwei Tore sehe ich da nicht. Ich sehe auch keine vier Tore. Ich sage, das wird so ein 0-0. Okay. Punkt wäre schon mal nicht schlecht. Ganz was Leckeres. Ja, Punkt wäre in der Tat nicht schlecht. Und dann kommen die beiden Entscheidungsspiele. Mittwoch gegen Köln und Sonntag gegen Paderborn. Dann haben wir es auch erstmal geschafft, Freunde. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch gar nicht so böse drum. Ja, ein bisschen Pause habe ich auch gebrochen. Das war jetzt dann doch alles irgendwie sehr, sehr anstrengend, auch mit den ganzen Vorbereitungsspielen und so weiter. Das war halt schon viel. Ich glaube, da sind die Spieler jetzt auch nicht so böse drum, wenn die mal... Ich wollte gerade sagen, die Eintracht hat dieses Jahr tatsächlich auch schon, man darf es nicht vergessen, also bei aller Kritik, die wir hier üben und wo wir probieren, ins Detail zu gehen und Erklärungsversuche zu finden, es liegt auch wirklich, die Eintracht hat einfach viele Spiele gehabt dieses Jahr, ganze Jahr. Ich hatte die Woche irgendwo, ich weiß nicht, ob das sogar, ich glaube, das war sogar das Social Media Account von der Eintracht hier auf Twitter, die geschrieben haben, am Ende der Hinterrunde hat die Eintracht irgendwie 55 Spiele. Ja, das ist schon ein bisschen viel. Da haben wir sonst zwei Saisons für gebraucht. Ja, stimmt, ja. Ja, das darf man auch nicht vergessen, also man darf auch nicht vergessen, dass wir jetzt den Kader im Sommer jetzt auch nicht für 300 Millionen aufgepumpt haben, um das zu kompensieren, sondern das ist immer noch die Eintracht, die irgendwie so eine Quali spielen muss. Dafür ist eigentlich alles auch noch in Ordnung, wie gesagt, ich glaube trotzdem, wir wären kein Eintracht-Fans, wenn wir nicht sehen würden, okay, so ein bisschen mehr ist immer noch drin, aber es ist wahrscheinlich in der DNA der Eintracht, dass du diese Spiele, wenn wirklich mal irgendwie wichtig ist, dass du dann halt eher verlierst, als gewinnt. Aber naja, dafür überraschend sind sie auch immer wieder, wie Dennis es schon sagst, aber wahrscheinlich gelingt auf Scheibe. Gerne. Gerne, gerne. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn der Rest von der Prophezeiung von Dennis da jetzt dann bitte nicht eintritt. Nun gut, dann lasst uns mal den aktuellen Spielbetrieb an dieser Stelle hier abschließen und dann gucken wir mal auf vergangene Zeiten und wir fangen natürlich da jetzt erstmal an und gucken auf ehemalige Spieler. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. so und diese Woche hat ja Dennis wieder einen Spieler für uns und ich bin mal gespannt, ob wir ihn erraten. Dennis, irgendwas. Okay, wir fangen mal an etwas eher nicht so spezifisch ist. Der 17. September 1985 geboren. er ist geboren in Wien, heißt also Österreicher und war 85. Ah, hier der Kleine, der dann nach Düsseldorf gegangen ist. Ich komme nicht auf den Namen. Kimi Hoffer. Der war ja Hoffer als älter, oder? Erwin Hoffer als älter. Wer soll das gewesen sein? Hoffer. Hoffer müsste älter sein. Nein, nein, Hoffer nicht, nein. In der Saison 2008 bis 2012 hat er für die Eintracht gespielt. War auch Nationalspieler. Gerade auch in der 2008 war er ein Riesentalent und er war in der Zeit, als er bei uns war, nochmal an Bochum ausgeliehen. Ich bin immer noch bei Hoffer. Kockmann. Es ist üblich Kockmann. Genau. Also Wahnsinn, ich habe mal geschaut gehabt, wirklich sehr, sehr schade. Kockmann hat ja danach dann so ein bisschen, bei uns hat er ja schon nicht mehr so performt, wie wir es erhofft hatten. Kam ja mit großen Erwartungen, gerade als er die zehn Spiele für Österreich gemacht hatte, als Flügelsprinter wirklich sich da einen Namen gemacht hatte. War wirklich meiner Meinung nach wirklich ein Riesentalent und auch wirklich habe ich große Hoffnung reingesetzt, konnte das aber ja gar nicht zeigen, habe mich auch dann gewundert, warum eigentlich nicht und in seiner Vita stehen doch sehr viele Verletzungen, insbesondere, wenn man sich allein schon anguckt, dass er bei uns eigentlich im, wie war es das erste Training, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich muss mal ganz kurz nochmal schauen. Er hatte sich, glaube ich, irgendwie schon den Fuß gebrochen direkt, oder? Genau, genau, dort zog er sich beim ersten Training einen Bruch des Mittelfußknochen, konnte an den Vorbereitungen im ersten Pflichtspiel nicht teilnehmen, das war ja schon super ärgerlich, er kam auch dann nie mehr so richtig rein, hat sich dann direkt am 12. November schon wieder schwer verletzt, da war es dann wieder ein Mittelfußbruch, wo man schon gedacht hat, Mensch, der hat ja Glasknochen anscheinend als Fußballer, so schwerwiegende Verletzungen, das hat ihn aber tatsächlich auch in seiner weiteren Zeit noch begleitet, da ist ja dann danach, hat ja dieses kurze Intermezzo in Bochum, kam dann wieder zu uns, konnte sich wieder nicht durchsetzen, ist dann nach Ingolstadt, Grüße nach Ingolstadt gewechselt, die tatsächlich auch große Hoffnungen in ihn hatten und was, ihr könnt euch denken, was dort passiert ist. Und verletzt. Ja, genau, er hat sich mal wieder verletzt gehabt und zwar war es in diesem Fall, ich habe es ja aufgeschrieben, eine Bänderverletzung kurz und nach der Winterpause, das heißt im Endeffekt auch wieder rechter Fuß, wieder verletzt, lange Ausfallzeiten, also gar keine Chance mehr gehabt. Jetzt habt ihr ja schon gesehen, das Fußballalter hat ihn leider auch jetzt, ja, doch etwas, etwas in die Jahre kommen lassen, die Mannschaftsteile, die jetzt, wo er spielt, ist jetzt auch nicht mehr wirklich so das attraktivste Fußballleben und zwar spielt er jetzt bei Fürst Vienna in, ja, der vierten Liga in Österreich und wer österreichischen Fußball ab und zu mal schaut, der, die Bundesliga ist schon teilweise nicht so wirklich anschaubar und als vierten Liga natürlich schon krass. Also Schade, ein Riesentalent hat es dann, nur um die Station nochmal kurz durchzugehen, er war in Wien beziehungsweise bei Rapid, hat sich ja gut durchgesetzt gehabt, da war, ist ja dann 2008 zur Eintracht gewechselt, danach dann in Ingolstadt gewesen, da war er noch bei einem türkischen Klub, Saikur Riesespor oder Riesespor, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, dann ist er nochmal nach St. Pölten, dann war es schon nur noch der FC Mauerwerk und danach jetzt Fürst Vienna, also schade um ein Riesentalent des österreichischen Fußballs, der sich leider dann insbesondere durch die Verletzungen niemals so richtig durchsetzen konnte und niemals das leisten konnte, was man eigentlich von ihm erwartet hat. Ich erinnere mich auch immer gerne an die Ü-Ü-Ü-Ü-Rufe im Stadion und die Leute hatten ja trotzdem eigentlich ein sehr gutes Verhältnis mit ihm, auch wenn er insbesondere auch für die Eintracht nie so wirklich was reißen kann. Gerade blöd war natürlich auch, ich habe noch gedacht gehabt damals, er kam ja zurück, da waren wir gerade abgestiegen, der Saison 2011, 2012 war das ja, glaube ich, und konnte im Endeffekt trotzdem da überhaupt nicht mehr in die Mannschaft zurückfinden und das zeigt dann schon schwierig, schade und ja, alles Gute trotzdem Ümit Korkmaz, viel mehr, wie gesagt, konnten wir dazu jetzt leider nicht Positives raussuchen, trotzdem alles Gute, hoffentlich ein gesundes Leben und nicht mehr so viele Verletzungssorgen und in der vierten Liga muss man mal schauen, inwieweit er da aktiv, ja, ich habe jetzt gar nicht geschaut gehabt, wie die stehen, René, du bist doch immer relativ schnell, das ist die Wiener Stadtliga, glaube ich, bin ich gerade von der Tabellenstand 1, Tabellenführer, das heißt, der steht kurz vor dem Aufstieg, der greift nochmal an, nicht schlecht, er spielt aber von 16 Spielen auch nur 8 mehr, er hat auf jeden Fall beim FC Mauerwerk gespielt, er hat sich an wie eine Betriebsmannschaft von Gute-Zeit-Flechte-Zeiten, liebe Grüße, also er hatte aber leider wie gesagt auch bei uns 48 Spiele gehabt, da auch nur vier Tore gemacht, es war nicht wirklich so seine Zeit bei uns, aber ich erinnere mich mal, ich erinnere mich, dass ich mal in Hannover war und da hat er glaube ich ein Tor geschossen, das ist richtig, das hatte ich auch gesehen gehabt und zwar war das sein erstes Saisontor, glaube ich, für die Eintracht dann am 9. Mai 2009 in Hannover tatsächlich per Kopf Endergebnis eine gute Frage Hannover 1-1 wenn ich das richtig sehe Saison 2-8-2-9 müsste es ja dann gewesen sein die 40. Minute hat er getroffen Ja, wie gesagt ich hätte gerne etwas mehr Positives oder dass er vielleicht nochmal einen guten Weg am Ende eingeschlagen hat euch verkündet aber leider ist der Zug eher in die falsche Richtung gefahren dementsprechend schade aber gut so ist es halt leider Nun gut also Ümit Kogmaz auch kein Spieler der sich bei der Eintracht durchsetzen konnte So und dann gucken wir jetzt mal noch auf den 14. Spieltag der Saison 99-2000 Liebe Zuschauer Alexander Schur Jetzt ist Schluss Heintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga Ja, ist es denn zu glauben Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion Willkommen im Ehrenhaus So und wir sprechen über den 14. Spieltag wie gerade eben schon gesagt letzte Woche 13. Spieltag da haben wir knapp gegen Kaiserslautern verloren und durften am 14. Spieltag der Saison 99-2000 ran gegen den HSV an einem Freitagabend in Hamburg und wisst ihr noch wie das Spiel ausgegangen ist außer Dennis der guckt immer nach Ich habe es auch gerade vor mir deswegen wäre es mies jetzt zu antworten Es war ein 1-0 für den HSV Viel behindert da finde ich wäre das Tor geschossen Ja und auch genau also der Kicker schreibt dazu dass die Eintracht ganz am Anfang eine Chance hatten durch Salou ansonsten war die Offensive absolute Funkstelle eine erbärmlich unwürdige Offensivleistung schreiben sie da sie schreiben auch dass der beste Mann auf Seiten des HSV im Mittelfeld ein gewisser Niko Kovac war und dass das Tor in der 77. Minute nach einer Flanke entstand weil Nikolov nicht so ganz sicher war und Krach patzte und das Tor schoss Anthony Jeboa Das birgt natürlich eine sehr große Tragik in sich Korrekt Das ist korrekt zur vollständigen Aufstellung der HSV spielte mit Butt im Tor ich glaube der war da auch gefühlt irgendwie 40 Jahre in der Abwehr Gravesen Hochmar Herzsch Davor Kovac War das die Champions League Mannschaft vom HSV oder? Die da auch viel gegen Juvo irgendwann mal gespielt haben Das könnte sein Ja Auf den Außenbahnen Hollerbach Kramotzes vorne in der Mitte Cardoso Madhavikia Jeboa Präger Medi Madhavikia Medi Madhavikia Jeboa Madhavikia Jeboa Präger Ich glaube nichts beschreibt die alte Bundesliga so sehr wie dieser Sturm Ja Die Eintracht versuchte dagegen zu halten mit Nikolov im Tor Jansen Kutschera Kracht und Schur Rasiewski Gebhard Falk Gemier Fjordhoft und Salou Ja wenn wir uns heute über Kaderplanung beschweren naja Genau Eingewechselt wurden bei der Eintracht Held Young und Dombi Tibor Dombi Tibor Dombi kam in der 79. Minute für Falk Falk ist auch so geil Naja Und beim HSV wurden eingewechselt Doll für Hollerbach Simunic für Präger und Hasimir für Jeboa Der Hubschrauber Das ist sehr interessant was da für Spieler gehofft haben Das ist wirklich interessant Chemie War nicht so nicht so Wer Wer war denn der Trainer von Hamburg Frank Pagelsdorf Pagelsdorf Ah ja Okay Naja Spieler des Spiels Niko Kovac Ja Auch mit einem tollen Bild Habe ich hier gerade gesehen Eine kleine Ansicht Ja vor allen Dingen auch besonders lustig das Bild vom Kicker vorne die HSV Flagge drauf aber hinten im Hintergrund siehst du noch das Hertha Logo Ich halte gerade alles blau-weiß Ja ja Feldkeim auf Feldkeim auf Hier hast du mal ein blau-weißes Bild für mich Ja ja warte kommt Prima danke Ja Was ist denn das da im Hintergrund Ja ja passt schon Frag nicht Mach Du hast nur blau-weiß gesagt Ja Auch geil diese Untertitelung Antreiber und Kopf verdraht diesmal Cardoso als Spielmacher Person Jetzt kommt's Personifizierung der HSV-Tugenden Moral Willenskraft und Kampfstärke Das ist doch mal eine Untertitelung Wow Das ist wunderbar Das ist wunderbar Tja Läuft nicht so gut Kann ja nichts mehr schief gehen Ja Unsere Eintracht in der Saison Da haben wir uns eine super Saison rausgesucht Beschwer dich nicht da haben wir uns alle für entschieden Was ist sonst noch an dem Spieltag passiert Duisburg Rostock trennten sich 2 zu 2 Hertha BSC gegen Ulm 3 zu 0 Schalke gegen Freiburg 2 zu 2 Stuttgart verlor zu Hause gegen 1860 München mit 3 zu 1 Leverkusen gewann 3 zu 2 gegen Bremen München Dortmund trennten sich am Ende 1 zu 1 Die Spielvereinigung unter Haching fiedelte Arminia Bielefeld mit 2 zu 0 weg Das ist auch ein lecker Bissen am Sonntag Sonntag mit der Spielvereinigung unter Haching gegen Arminia Bielefeld Sehr gut Und das letzte Spiel Kaiserslautern gegen Wolfsburg unentschieden 2 zu 2 Aber auch einfach so krass wie die Tabelle an dem Tag aussieht Also er ist einfach 1860 München auf dem Champions League Auf dem 4. Platz mit 24 Punkten haben wir an dem Spieltag Dortmund überholt Mehr als doppelt so viele Punkte wie die Eintracht Ja Genau Die Eintracht dann auf Platz 15 mit 11 nur noch unterboten von Bielefeld ebenfalls mit 11 die ein Torverhältnis zu dem Zeitpunkt von minus 15 hatten Duisburg mit 10 Punkten und Ulm ebenfalls mit 10 Punkten die eben auch das schlechtere Torverhältnis hatten Aber auch krass Lautern mit minus 4 und trotzdem 23 Punkten auf dem 6. Platz Wahnsinn Ist schon krass gewesen Tja Dann beschweren wir uns noch über diese Saison Ich glaube brauchen wir dann auch nicht Das brauchen wir dann auch nicht Dann besprechen wir in der nächsten Woche wie nicht anders zu erwarten den 15. Spieltag und ich sage euch jetzt schon mal gegen wen wir da ran müssen wir dürfen dann wieder an einem Sonntag spielen und wir spielen in Wolfsburg auch ein Leckerbissen Da reden wir dann aber in der nächsten Woche ausführlich drüber Ich kann es kaum erwarten Ja 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 Ich kann nächste Woche übrigens nicht Ich auch nicht Aber Basti kann Ganz bestimmt Der muss ja dieses Leckerbissens Spiel besprechen Nur das Wir machen nächste Woche eine Sendung wo wir so tun als hätte das gerade stattgefunden wo wir eine Stunde über das Spiel reden Ja Wird ja sonst auch nichts irgendwie Spannendes passiert sein Und dann sagt der René Und Aufstellung dann geht es nächstes Spiel Tibor Dombi ist er für euch ein Kandidat oder Kutschera vielleicht mal Kutschera vielleicht mal rausrotieren da müssen wir mal gucken Ich würde ja gerne mal Horst Held Da kommt Alex und sagt genau Alex sagt hier der Horst Held muss endlich von Anfang an spielen Dennis sagt hier gib dem Patrick Falk noch fünf Spiele das ist ein riesiges Talent Das braucht er Das braucht er Genau Sehr gut Ja ja Das wird ein Highlight Das wird ein Highlight Ich freue mich jetzt schon Nicht zu viel spoilern Ne Das heben wir uns alles für nächste Woche auf Du Horst Held was ist Ballbehandlung da die das hier Wahnsinn Ach ja großartig So nochmal Frage in die Runde habt ihr mittlerweile sind euch Empfehlungen aufgefallen eingefallen umgefallen irgendwas gefallen Ich kann empfehlen irgendwie die Erstattung vom Stromanbieter gekriegt und haben sich gedacht jawohl das hauen wir jetzt in der Weihnachtszeit alles wieder drauf Ich war da drauf dass der Flughafen Frankfurt anruft und bittet um Abbau Gut dann wenn wir keine Empfehlungen haben so richtig dann würde ich sagen schreiten wir so ein bisschen zu der guten Tat der Woche wir haben ja noch diese Karten zu verlosen Herr Basti Das haben uns massenweise Leute geschrieben Hätte ich da mitmachen dürfen Nein Wie zu erwarten war Mitarbeiter sind vom Gewinnspiegel ausgeschlossen Mitarbeiter und ihre Und gewonnen hat die Alex ich weiß nicht Irgendeine Alex Ich kenne die ich richte das aus Schick dir Karten an dich die kannst du ja weiterleiten Das ist ja nett Ja Keine Ahnung Wie wollen wir das Krollen und Stopp sagen Ja Der Axel hat gewonnen mit seinem Tweet oder Der Axel hat gewonnen Ja okay Das ist da schon fast Mitarbeiter oder und Angehörige Das ist mehr Angehöriger glaube ich ja So dann lass mich mal gucken wo der ganze Kram angefangen hat Das war da Dann gehe ich da jetzt mit der Maus hin und scroll einfach beliebig ein bisschen hoch und runter und du sagst irgendwann Stopp ne Du 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 Stopp So Das ist der Ed Diet unterstrich Mare Okay Herzlichen Glückwunsch Ganz lustigerweise ganz knapp unter einem Tweet von Axel Also es hätte fast funktioniert Dieser Axel Wenn du eine Millisekunde gewartet hättest dann wäre es tatsächlich Axel geworden Dann hätte ich mich aber hier vor Lachen auf den Boden gerollt Der Martin hat das hier gewonnen Genau Der hat auch geschrieben er hätte Zeit und Lust Dann würde ich sagen schreibst du ihm direkt mal und wir sagen herzlichen Glückwunsch und erwarten natürlich einen Erlebnisbericht wie das so Aufschlag im VIP-Bereich ist ob Rudi Assauer nee ähm Okay nee das war Ja du wolltest sagen dass das jetzt Rudi Assauer Platz Nummer 1 heißt Ja Das ist korrekt Das ist korrekt Korrekt Nee das hatte ich Ja Fettner Patz Ja Nein aber wie gesagt schickt gerne Fotos wie es war ich hoffe tatsächlich dass wir euch ein positives Erlebnis gerne bitte auch einen Soundfall den wir vielleicht hier mal in der nächsten Woche Ja klar Ja das wäre auch was ähm genau an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Konami Deutschland die uns die Karten zum Verlosen zur Verfügung gestellt haben und wir hoffen dem Martin macht das großen Spaß und das Spiel wird nicht so ausgehen wie Basti getippt hat Ja Bring drei Punkte mit dann sonst entfolgen wir dir Hatten wir nicht gesagt das ist eine dieser Sprüche die man nicht mehr sagen darf wo man dann für weggeflaggt wird Darf man nicht mehr da war ich nicht da Entschuldigung Das ist die die neue Hausregel die hat Basti aufgestellt solche Sachen genauso wie Hab ich nicht alleine Marvin war auch dabei Genauso wie äh geht gerade rum Hier ich habe am Anfang gefragt muss ich was wissen na hier ist es nein da muss man mir schon die neuen Regeln durchgeben Wir dachten du hast das Protokoll bekommen Eieieiei Nun gut also äh nichts mitbringen aber äh Punkte oder so ne viel Spaß Martin Basti kümmert sich um alles Weitere I just did Yeah Uha Ja dann würde ich sagen haben wir es doch für die Woche auch schon wieder hinter uns gebracht ähm nächste Woche müssen wir in der Tat mal gucken weil wegen ja diesem Mittwochsspiel und wie das alles so läuft und ähm wann Marvin Zeit hat weil der muss nächste Woche die Aufnahme fahren weil ich bin leider unterwegs was mir auch nicht so richtig passt aber nun gut ähm ja wir wünschen euch eine schöne Restwoche einen schönen Donnerstagabend für die Leute die im Stadion sind oder die Leute die das Spiel zu Hause schauen viel Spaß dem Martin und allen anderen die am Sonntag auf Schalke sind und dann melden wir uns in der nächsten Woche in irgendeiner Art und Weise wieder bis dahin macht's gut Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Hey, 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 hey. Outro Outro